Willkommen zu Synomeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt. Diese Videoreihe hat das Ziel, einzelne Themen der Anwendung von Synomeric praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Heute machen wir weiter mit dem dritten Teil unserer speziellen Videoserie zum Thema flexible CNC-Programmierung. Wie immer zuerst noch der Hinweis, dass die einzelnen Teile dieser Videoserie aufeinander aufbauen und daher unbedingt chronologisch angeschaut werden sollten. In den beiden vorherigen Videos hatte ich erklärt, wofür die flexible CNC-Programmierung nützlich ist und was es mit den Anwendervariablen auf sich hat. Heute befassen wir uns mit einem sehr umfangreichen Themengebiet und zwar den mathematischen Operationen in der Synomeric CNC-Sprache. Ich habe vor, dies an ein paar konkreten Beispielen aufzuzeigen. Wir sparen uns heute die Agenda. Vorweg gleich mein erster Tipp, um die mathematischen Funktionen ungestört im Büro programmieren zu können, einfach einen digitalen Zwilling der CNC nutzen. Auch weil so die teilweise defizilen Rechenoperationen in den Bearbeitungsprogrammen am PC getestet werden können, bevor es an die reale Maschine geht. Das bringt Sicherheit. Ich selbst verwende hierzu RunMyVirtualMachine, die virtuelle Synomeric One. Beginnen wir jetzt direkt mit etwas Einfachem, den Grundrechenarten. Dies sind Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Wofür eine Erweiterung der Grundrechenarten mit der Ganzzahldivision Diff und der Modulodivision Mod nützlich ist, erkläre ich gleich nach den Rechenregeln. Schauen wir also zuerst auf die Rechenregeln. Die Rechenregeln definieren die Prioritäten bei den Rechenoperationen. Wie in der Mathematik üblich gilt auch bei der Synomeric Punkt vor Strich und ansonsten noch ganz einfach von links nach rechts. Muss diese Systematik aufgehoben werden, können wie in der Mathematik üblich auch einfache Klammern gesetzt werden. Durch das Setzen von Klammern kann also die ursprüngliche Punkt-vor-Strich-Regel außer Kraft gesetzt werden. Kommen wir jetzt zu den Operationen Mod und Diff. Ich erwähne sie explizit, da ich sie häufig benötige, wenn ich an Bearbeitungszyklen arbeite. Wenn es darum geht, beim Fräsen oder Bohren Zustellungen zu managen, dann sind diese Operationen unumgänglich. Wenn wir zum Beispiel eine Tasche mit mehreren Zustellungen fräsen wollen, dann sollten wir vorab wissen, wie viele komplette Zustellungen es sind und was der Rest ist. Zuerst definiere ich daher eine Kleidkomma-Variable für die Tiefe und eine für die gewünschte Zustellung. Dann noch eine Variable für die Anzahl der kompletten Zustellungen und eine für den Wert der unvollständigen Zustellungen, also für den Rest. Jetzt weisen wir den Variablen Werte zu, zum Beispiel 35 Millimeter für die Taschentiefe und 10 Millimeter für die Zustellungen. Die Ganzzahl-Division ergibt dann die Anzahl der kompletten Zustellungen, in unserem Fall 3. Und mit der Modulo-Division erhält man den Rest, also den Wert der unvollständigen Zustellungen, in unserem Fall sind das 5 Millimeter. Zum Thema Bearbeitungszyklen passen noch ein paar weitere nützliche Rechenfunktionen, beispielsweise Funktionen für das Runden auf ein ganzzahliges, für das Aufrunden und für das Bilden des ganzzahligen Anteils. Die Funktion Roundup lässt sich gut an unserer Tasche zeigen. Wir erinnern uns, die Tasche soll ja mit mehreren Zustellungen gefräst werden. Dabei könnte es passieren, dass beim Bearbeiten ein so minimaler Rest verbleibt, dass das Werkzeug kaum noch einen Sparnabend nimmt und nur noch drückt. Aus diesem Grund sollte die ursprüngliche Anzahl an Zustellungen auf eine Anzahl mit konstanter Schnitttiefe aufgerundet werden. Dafür definieren wir wieder eine Variable für die Taschentiefe, eine für die Wunschzustellung und eine weitere Variable für die berechnete Anzahl der Zustellungen mit konstanter Schnitttiefe. Wie in unserem vorherigen Beispiel weisen wir den Variablen wieder Werte zu. 35 Millimeter für die Taschentiefe und 10 Millimeter für die Wunschzustellung. Mit der Funktion Aufrunden wird nun die gebrochene Anzahl der Zustellungen auf den nächsthöheren Geradenwert erhöht. In unserem Fall also von 3,5 auf 4. Abschließend muss nur noch die angepasste Zustellung berechnet werden. Das wären in unserem Fall 8,75 statt der ursprünglich 10 Millimeter. Somit sind die Einstellungen abgeschlossen. Sinumerik bietet noch viele weitere wichtige Rechenfunktionen, wie zum Beispiel trigonometrische Funktionen, Quadratwurzel, Zweitpotenz, Betragsbildung, den natürlichen Logarithmus und die Exponentialfunktion. Im Zusammenhang mit Kontrollstrukturen werden wir uns im nächsten Video übrigens näher mit der Sinusfunktion befassen. Auch auf logische Operatoren zur Verknüpfung von Wahrheitswerten werden wir dann eingehen. Wie wir heute gesehen haben, ist die Sinumerik-CNC-Syntax für mathematische Operationen exakt so aufgebaut, wie wir es noch aus dem Mathematikunterricht aus unserer Schulzeit herkennen. Komplexe mathematische Berechnungen können in gewohnter Denkweise direkt in die CNC getippt werden. Auch die lesbaren Namen der Anwendervariablen tragen viel dazu bei, Mathematik mit der Sinumerik-CNC-Programmiersprache transparent und nachvollziehbar zu machen. Soviel zu unserem heutigen Thema mathematische Operationen für die flexible CNC-Programmierung. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, einfach den CNC4U Newsletter abonnieren. Er informiert über Aktuelles und Wissenswertes rund um die Anwendung von Sinumerik. Also, falls noch nicht geschehen, einfach CNC4U in die Suchmaschine eingeben, dann registrieren und fertig. So bleibt man immer auf dem Laufenden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.